Bonjour Leute, herzlich willkommen zum neuen FM 2024 Let's Play. Es ist endlich soweit nach der Beta-Phase, nach dem Anfänger-Guide, nach den Teams to Play. Jetzt also das offizielle Let's Play von mir. Und ich habe euch ja entscheiden lassen, mit welchem Verein wir beginnen, beziehungsweise habe ich euch drei Vereine zur Auswahl gegeben. Das war zum einen Venedig, zum anderen Fiorentina und Udinese. Und zum Schluss hat sich so ein Zweikampf abgezeichnet zwischen Venedig und Udinese. Und ja, ich hatte auf alle drei wahnsinnig Bock. Venedig ist es schlussendlich geworden. Das ist die schwierigste der drei Aufgaben natürlich, weil wir starten hier in der Serie B. Und finanziell natürlich auch alles um einiges angespannter als bei den anderen beiden Klubs. Aber ja, auf jeden Fall eine schöne Geschichte und eine schöne Herausforderung. Ich freue mich schon sehr und ja, vielen Dank, dass ihr dabei seid und mich auf dieser Reise hier begleiten werdet. Und ja, wir werden jetzt einfach mal gemütlich rein starten. Wir werden uns einen Überblick über den Verein machen. Jetzt richten wir mal das Spiel ein. Alles ganz ohne Stress, ganz entspannt. Und ja, ich freue mich einfach schon sehr auf die Zeit mit euch. Und was ich beim zweiten Let's Play machen werde, das weiß ich noch nicht ganz genau. Also ich habe so ein paar Ideen im Kopf, das werde ich dann irgendwann spontan noch nachreichen. Wir haben ja noch unseren Safe aus dem letzten Jahr mitgenommen mit Bordeaux. Da schauen wir mal, wie lange wir den noch machen. Ja, aber jetzt volle Konzentration auf Venedig. Also danke, dass ihr wieder dabei seid oder generell vielleicht auch neu im Kanal seid. Wenn das so ist, dann, wenn ihr vielleicht auch keine Erfahrung mit dem FM habt, dann schaut auch im Anfänger-Guide vorbei. Er sollte euch helfen. Gut, genug gequatscht. Also eigentlich quatsche ich schon weiter, aber wir sind jetzt endlich am Spielen. Wir starten hier jetzt also als Trainer von Venedig und sind bei der Spiele-Einrichtung. Die ist mal ganz wichtig, weil wir uns da schon so ein bisschen Gedanken machen sollten, wo wir denn eigentlich so scouten wollen und Spieler suchen wollen. Ich persönlich würde auf jeden Fall die Serie C auch dazu packen. Das heißt, dass wir die dritte Liga auch noch haben, um dann vielleicht eine Liga weiter unten noch ein paar junge Talente zu holen. Wir werden in Deutschland die zweite Liga anmachen. Ich würde sagen, sowieso in den Top-Ländern die ersten zwei Ligen. Dann haben wir hier noch die Niederlande. Das sind jetzt diese Ligen, die standardmäßig dabei sind. Wir schauen jetzt einfach, was wir gerne noch dabei hätten. Bulgarien nicht. Belgien, Frankreich. Italien nochmal dabei. Kroatien und Slowenien würde ich aufgrund der Nähe dazu tun. Ebenso Österreich. Portugal würde ich auch dazu tun. Ja, und den Rest werden wir, glaube ich, Argentinien, Südbrasilien, wenn wir so scouten, beziehungsweise ein bisschen halt, wird eher ein bisschen mit simuliert. USA genauso. Wir können das später noch ergänzen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das das Wichtigste ist. Zum Thema USA übrigens hat jemand von euch in den Kommentaren geschrieben, dass Venedig tatsächlich einen amerikanischen Besitzer hat. Und ich habe mir dazu jetzt auch schon Videos angesehen. Das heißt, vielleicht können wir den ein oder anderen Amerikaner dann auch reinbringen. Aber das wären mal die Ligen, so wie ich sie mir vorstelle. Jetzt müssen wir hier nur noch einen stellen, weil ich brauche dann nicht unbedingt zu kleine Ligen. Frankreich nehmen wir die zweite. Kroatien die erste. Österreich nehmen wir zwei, weil ich halt die irgendwie ganz gerne mitverfolge. Portugal und Slowenien auch die erste. Und dann sehen wir hier angepasste Datenbank. Wir gehen hier auf Erweitert. Und da seht ihr, ich habe in Europa Spieler mit kontinentalen und nationalen Ansehen drin. In Afrika, in Südamerika. Und dann würde ich sagen, machen wir vielleicht eben auch noch Nordamerika. Nordamerika West gibt es wahrscheinlich auch nochmal extra. Wir gehen generell auf Nordamerika, da unten. Und da gehen wir auf Spieler mit kontinentalen Ansehen. Dann sind nochmal tausend mehr dabei. Soweit nicht so tragisch. Dann haben wir hier unten noch Spielerattribute nicht verbergen. Das ist natürlich ganz wichtig. Das habe ich, dass man das nicht angehakt hat. Dass man wirklich auch scouten muss. Im Endeffekt lasse ich das alles standardmäßig. Und jetzt schauen wir, wann wir beginnen. Der früheste Einstiegstermin ist der 17.07. Beginn in der Serie B ist dann erste Spiele in der Liga. Beginn der Saison ist der 14.08. Also wir haben fast einen Monat Zeit. Das finde ich so weiter gar nicht so schlecht. Früh erstmögliche Vorbereitung. Und dann gehen wir mal auf Spiel starten. Ich freue mich schon wahnsinnig. Ich habe mich selbst so ein bisschen gehypt. Ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung ein Video. Das könnt ihr euch sonst nach dem Video von mir jetzt mal anschauen. Da gibt es ein paar nette Eindrücke über den Verein. Und das hypt einen noch mehr. Und ich habe auch vor, dass ich dort hinfahre. Also ich möchte mir ehrlich gesagt ein Spiel dort anschauen. Ich werde dann sicherlich auch Videos vor Ort drehen. Schauen wir mal, ob ich da vielleicht mit dem Verein offiziell noch was hinkriege. Oder ob ich einfach so als Besucher hinfahre. Ja, ich habe nur gute vier Stunden von mir aus nach Venedig. Das heißt, das ist nicht so ganz dramatisch. Also dann könnte man die ein oder andere Fußballreise vielleicht dann wirklich mal hinmachen. Das habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen. Also für dieses FM-Jahr. Jetzt im Herbst werde ich es glaube ich nicht mehr machen. Oder Winter, weil es einfach ein bisschen ungemütlich ist. Aber auf das freue ich mich dann auf jeden Fall schon sehr. So. Warten wir, wie es das Spiel eingerichtet ist. Venedig. Ich habe es mir noch kurz aufgeschrieben, bevor ich hier noch weitergehe. Falscher Zettel. Hier ist der richtige. Drei Konkurse. 2005, 2009 und 2015. Also finanziell wird das richtig, richtig spannend. Wir gehen mal auf die Empfehlungen, was unsere Skills angeht. Empfehlungen auf dem Niveau von Venedig. Ich gehe hier meist so, dass ich eben diese Torwartfähigkeiten, also das Training von Torwart, das Torwarttraining hier generell, das packe ich ein bisschen nach unten, den Rest nach oben. Ich lasse das meist so standardmäßig eingestellt. Und dann können wir unser Spiel eigentlich schon starten. Ah, ist das schön. Venezia stellt Fußballwelt an. Mein Foto muss ich dann auch reinladen. Das können wir dann in Kürze auch noch machen. Ja, so sieht es also im Moment aus. 1907 gegründet. Nicht wirklich erfolgreich gewesen. Also sie sind, glaube ich, in den 40er Jahren oder so wahnsinnig mal Vizemeister, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, die Serie A haben sie nie gewonnen. Dann bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube eben nicht. Das sind nur die kleineren. Dementsprechend, ja, ein paar bekannte Nachmann sind auf jeden Fall dabei, wie Bojan Pahlo zum Beispiel, was ich auch sehr, sehr cool finde. Buzio könnte man auch kennen. Und Maximilian Ullmann, den Österreicher. So, da haben wir mal die Vorstandskultur. Da haben wir schon mal den Punkt afrikanische, sag ich, amerikanische Spieler verpflichten. Namhafte Spieler verpflichten. Wichtigkeit, Geringspieler unter 23. Geringspieler aus den unteren Liegen des Landes verpflichten. Das heißt, wir sollten wirklich in der Serie C scouten. Junge Spieler verpflichten, entwickeln und mit Gewinn verkaufen. Wenn wir jetzt so an den Hintergrund denken, dass wir gewaltige finanzielle Probleme haben bei dem Klub Jahr für Jahr, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Also werden wir vielleicht echt schauen, dass wir mit vielen ablösefreien Transfers arbeiten, um eben auch Profit dann zu machen. Neues Stadion bauen. Das heißt, da arbeiten sie anscheinend gerade dran. Na, großartig. Ende aktueller Saison gleich das Ziel der Aufstieg. Also Medientipp ist, glaube ich, Platz 6. Und die Konkurrenz ist relativ groß, was ich gesehen habe. Das wird jetzt schon richtig schwierig. Fankultur defensiv solide. Direkt aufsteigen und gegen diese Rivalen die Oberhand behalten. Na gut. Man sieht hier, aber die Wichtigkeit ist gering. Das heißt, die Duelle mit den Rivalen sind anscheinend wichtiger. So, Pressekonferenz setzen wir an. Internes Testspiel noch nicht. So, und dann legen wir los. Sehr, sehr schön. Gehen wir mal die Mails durch. Fantyp. Wir haben 11% Ultras. Normalos Familien. Ist im Endeffekt jetzt nichts Aufregendes. Einfluss der Fans auf den Vorstand gering. Das heißt, wenn wir uns mit den Fans verscherzen oder so und die dann versuchen, den Vorstand anzuheizen, damit er uns entlässt, dann wird das wahrscheinlich eher nichts bringen. 1.600 Dauerkarten und ich glaube ein 11.000er Stadion war es dann schlussendlich. Meeting über Vereinsziele und Erwartungen. Ich werde die mal akzeptieren. Wir nehmen es mal so hin. Dann sehen wir hier schon einige Spieler im letzten Vertragsjahr. Michael Svoboda noch ein Österreicher. Ja, cool. Das ist ja lustig. Und Jerrychef könnte man auch noch kennen. Also durchaus ein paar bekannte Namen dabei. Ich bin gespannt, wie es dann... Der kenne... Woher kenne ich... Kenne ich den aus dem Nationalteam? Ja, ja. Hallo Palermo lange. Köln. Stimmt. Daher kenne ich ihn. Sehr interessant. 1,3 Millionen Gehaltsbudgetfrist. Das ist natürlich schon mal brutal. Da kann man hoffen, dass vielleicht aus Saudi-Arabien ein Angebot kommt. Taktische Ausrichtung, die schauen wir uns dann noch später an. Saisonvorbereitung. Vorbereitungsspiele, die müssen wir dann auch noch extra ausmachen. Verletzungsbericht. Kreuzbandriss. Oh. Fällt noch bis zu drei Monate aus. Das ist natürlich gerade auch für einen Spieler in seinem Alter nicht so optimal. Er hat zwar einen guten Grundfitnesswert. Das heißt, er sollte Verletzungen normalerweise relativ gut wegstecken können. Aber mit dem Alter ist es natürlich trotzdem kritisch. Regeln zur Kader-Auswahl. Im Kader dürfen maximal 20 Spieler stehen, die älter als 23 sind. Und im Kader dürfen maximal 18 Ü23 Spieler stehen Vereinsikonen ausgenommen. Aha. Okay. Spannend. Derzeit 17. Derzeit 14. Das heißt, ein bisschen Spielraum haben wir da noch, aber nicht viel. Gut. Machen wir mal die Aufgaben als erstes. Beziehungsweise sehen wir hier gleich mal bei den Mitarbeitern. Hier in dem Bereich sind wir im Liga-Vergleich wahnsinnig schlecht. Wir haben nur einen Scout. Das heißt, wir schicken hier gleich mal eine Job-Anzeige raus in Richtung Scouts. Hier haben wir noch Platz für drei Assistenztrainer. Das heißt, auch hier werden wir eine Job-Anzeige aufgeben. Assistenztrainer mal allgemein. Defensiv, Mentalität und Taktik sind wir relativ schlecht. Torwarttrainer sind wir relativ gut. Und hier sehen wir noch, wir haben Physios, wir haben Sportwissenschaftler, aber die sind alle nicht gut. Das heißt, wir werden mal einen Sportwissenschaftler suchen. Und was Physios angeht, müssen wir uns dann auch noch überlegen, wie wir da weitermachen. Geben wir mal die Verantwortlichkeiten durch. Also für diejenigen, die mich nicht kennen oder die Let's Plays nicht kennen. Ich gebe auch gerne Sachen ab. Das ist bei Let's Plays natürlich praktisch, weil wir dadurch auch ein bisschen schneller vorankommen. Oftmals kann das natürlich sonst ein Thema sein. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein Fast-Food-Let's Play machen möchte und da durchschießen möchte von der Zeit her. Aber gewisse Dinge werden wir halt einfach abgeben. Das heißt, die Aufstellung natürlich mache ich klar. Die Aufstellung der zweiten Mannschaft, wir haben eine U18 und eine U20, so wie es aussieht, mache ich nicht. Generell übernehme ich alle Mitarbeitereinstellungen, weil ich nicht möchte, dass die irgendwelche Mitarbeiter anstellen, von denen ich nichts weiß und die dann quasi unser kostbares Budget ausgeben. Genauso bei den Verträgen der Mitarbeiter. Das mache ich ganz gern, kann ich euch auch nur empfehlen. Ratschläge und Berichte. Die Spielerziele können wir jeden Monat sehen. Mitarbeitertreffen mag ich persönlich nicht. Und Analyseberichte können wir jeden Monat machen, das ist okay. Das passt mir. Dann Scouting. Das ist ganz wichtig. Ich leite die Scouting-Meetings da anscheinend. Ich würde das ehrlich gesagt abgeben. Ich vertraue da dem Chef-Scout. Wir bekommen dann eh immer per E-Mail die Nachrichten, welche Spieler aus den Scouting-Meetings die interessantesten sind. Auch die Scout-Zuweisung gebe ich gerne ab. Da werden wir vielleicht aber das später nochmal ändern und vielleicht doch selber übernehmen, je nachdem. Alles was Transfers angeht, mache ich. Alles was Verträge angeht, mache ich. Wenn wir via Transferroom jemanden anbieten, zur Leihe zum Beispiel, muss standardmäßig 100% des Gehalts überwiesen werden und standardmäßig die Person Stammspieler gefordert sein. Das passt auch. Da geben wir mal nichts an. Passt. So, die Medien. Mag ich persönlich nicht so gerne im FM, gebe ich auch gerne ab. Ist ein Zeitfresser und im Endeffekt immer das Gleiche. Bei den Interviews habe ich es dann so, dass ihr natürlich da gerne einfach auf Pause drücken könnt und mitlesen könnt, was ich drücke. Aber nicht ganz so wichtig. Auch hier Mannschaftstraining gebe ich gern ab. Da bin ich jemand, der dann einfach eingreift, wenn etwas nicht so läuft. Also ich habe da immer ein Auge drauf. Und ja, wenn es mental nicht so gut läuft, dann werden wir reagieren. Wenn es von der Fitness her oder Müdigkeit her nicht so passt, werden wir reagieren. Da bin ich auch immer bedacht einzugreifen. Taktik. Wie gesagt, er kann bei der Mannschaftsaufstellung beraten. Und er kann die Gegneranweisungen gerne festlegen, der Co-Trainer. Denn auf das habe ich nicht so das Auge. Ich versuche unser Spiel durchzuziehen. Spiel selbst. Dieser Haken. Wahnsinnig wichtig. Ich sage es eh jedes Mal, aber ich sage es gerne nochmal dazu. Nehmt den unbedingt raus. Sonst machen eure Mitarbeiter Testspiele für euch aus, die ihr vielleicht gar nicht haben wollt. In der zweiten Mannschaft und in der U18 ist das egal. Und Standardtrainer haben wir in eigenen. Dementsprechend kümmere ich mich jetzt auch nicht drum. Auch wenn es ein neues Feature ist. Aber ich denke, könnt ihr natürlich gerne für euch machen. Aber fürs Let's Play selbst ist es momentan jetzt nicht so super interessant. Wir können es dann später uns noch überlegen. So, dann schauen wir mal den Verein an, würde ich sagen. Wunderbare Trikots. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das die aktuellsten sind, um ehrlich zu sein. Die wurden auch ausgezeichnet als, ich glaube, modischste Mannschaft der Welt. Finde ich irgendwie ganz interessant. Wir sehen hier die Rivalen. Boah, ein paar Lokalrivalen, nichts Großes eigentlich dabei. Hellas Verona, vielleicht noch historisch, aber sonst nicht so tragisch. Andere Rivalen, keine Erzrivalen. Udinese zum Beispiel, weil die nicht zu weit entfernt sind. Palermo, Parma. Gegen Palermo und Parma spielen wir, glaube ich, auch in der Liga. Die schauen wir uns auch gleich an. Dann sehen wir eben das 11.000er Stadion, 1.600 Dauerkarten. Wir gehen auf Einrichtungen. Und da sehen wir, da haben wir gleich mal richtig viel zu tun. Stadion haben sie 2021 umgebaut. Das ist ein bisschen größer geworden. Aber da überlegen sie eben anscheinend gerade einen Neubau. Und hier unten sehen wir, da müssen wir echt was unternehmen, Leute. Also das geht gar nicht. Da müssen wir dann, wenn wir mal Geld haben, ausbauen. Beziehungsweise beim Vorstand betteln, dass sie ausbauen. Und das ist schon ein guter Stichwort. Geld. 5 Millionen. Das ist mehr, als ich jetzt erwartet habe, um ehrlich zu sein. Wir haben aber aktuell kein Gehaltsbudget und ein Transferbudget von 999.000. Ja, Transferbudget klingt gar nicht so schlecht. Könnte aber natürlich besser sein. Und Gehaltsbudget 0. Da müssen wir schauen, ob wir vielleicht den ein oder anderen von einer Gehaltsliste bekommen. Haben wir noch Partnervereine? Nichts Größeres, wie es aussieht. Nur kleine. Wir haben auch Slowenen dabei, was ich ganz interessant finde. Finnland finde ich sehr spannend. Und wir haben auch einen Spanier, nämlich CF Damm dabei. Da teilen wir uns die Scouting-Kenntnisse, was grundsätzlich auch nicht schlecht ist. Wobei die da wahrscheinlich etwas mehr davon profitieren als wir. Ja, ganz nett. Aber kein großer Verein, wo wir jetzt zum Beispiel Spieler leihen könnten. So, was machen wir als nächstes? Sollen wir schon zur Mannschaft gehen? Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe. Ich glaube nicht. Schauen wir mal auf die Mannschaft. Ich habe kurz reingesehen. Oder machen wir noch was anderes. Schauen wir kurz auf die zweite und die dritte Mannschaft. Wir haben tatsächlich eine U20. Die ist auch in einem Ligasystem. Und eine U18. Die ist auch in einem Ligasystem. Da müssen wir schauen, wie viel Geld wir da rein investieren wollen. Denn natürlich kosten die Mitarbeiter dafür. Der Kader kostet. Da müssen wir dann echt überlegen, wie wir das angehen. Wir sehen hier schon, der Kader ist recht überfüllt. Auch mit vielen Spielern, die jetzt nicht so talentiert sind oder nicht so stark drauf sind. Im Moment hier oben wird es schon interessanter. Da müssen wir dann halt auch schauen, wie wir damit umgehen. Weil solche Spieler könnten, wie der 1,95 große Isländer. Der könnte schon ganz interessant sein für die erste Mannschaft. So ehrlich muss man sagen. U18. Die ist nicht so gefüllt. Also der Fokus liegt scheinbar auf der U20. Und ja, da sind auch ein paar dabei, die unter U18 sind. Aber alles in allem ist das, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Wir können dann noch den Filter hier reinhauen, dass wir die Spieler verstecken, die nicht im Verein sind. Damit sind mal die Verlierenden weg. Und das ist das nächste gute Stichwort. Wir schauen auf die Laie-Spieler. Holy shit sind das viele. Sind die alle geliehen? Achso, ne. Passt schon. Ja, Cuisance ist leider verliehen aktuell. Der wäre natürlich für uns wahnsinnig spannend. Ist die Frage, ob man den zurückrufen könnte. Die Laie dürfte beendet werden können. Aber er verdient 1,2 Millionen. Also wenn wir den zurückholen, sind wir halt gewaltig im Minus. Da sollte man eher schauen, dass wir aufsteigen und den nächstes Jahr dann vielleicht einbauen. Gellin haben wir unter anderem in hier. Marco Olivieri. Altare. Giorgio Altare. Innenverteidiger. Auch ganz interessante Werte. Da unten haben wir noch einen Dembélé. Rechtsverteidiger. Torino. Körperlich ganz gut. Der Rest, naja. Gut, da haben wir noch einen. Also geliehen haben wir nicht so viel. Das finde ich schon mal gut. Weil Kader planen, wenn man viele Spieler geliehen hat, ist schwierig. Ich habe jetzt auch hier mal verborgen, dass die Spieler nicht dabei sind, die quasi verliehen sind. Also die nicht beim Verein sind. Und jetzt sortieren wir nach Fähigkeit und schauen mal, wer so die stärksten Spieler bei uns sind. Da fangen wir gleich mal an mit Poyan Palo, den man natürlich noch gut kennt. Bekannte, bekannte Vereine in seiner Vita. Interessanterweise. Also hier war er sehr gut in der Türkei. 33 Spiele, 16 Tore. Aber sonst viel rumgekommen. Aber gar nicht so viele Spiele gemacht, muss man ehrlich sagen. Also vielleicht würde es dem jetzt eh ganz gut tun. Mit 28 ist der in einem super Alter, dass der bei uns jetzt wirklich zur Ruhe kommt, Stammspieler wird. Und ja, dann schauen wir mal. Als Knipser dürfte der ganz gut funktionieren. Zielspieler auch aufgrund seiner Wucht. Wobei man sagen muss, Sprunghöhe 13 finde ich bei der Größe von 1,86 jetzt, ja. Hätte ich mir ehrlich gesagt mehr gedacht bei ihm. Er ist nicht der Schnellste. Also Antritt ist auch nicht seine Stärke. Deswegen würde ich sagen, wenn wir am ehesten schauen, dass wir den in eine Knipserrolle bringen. Ja, dann haben wir Tanner Tasman. Ein zentraler Mittelfeldspieler aus den USA. 1,92 groß. Das merken wir uns auch. Weil wenn wir viele große Spiele haben, dann werden wir vielleicht auch schauen, dass wir, das wollte ich ja im letzten FM schon mal machen, eine wahnsinnig große Mannschaft zusammenkaufen. Damit wir halt bei Standards eine absolute Waffe werden. Und gefährlich werden. Ja, zurückgezogener Spielmacher könnte man machen. Wobei er nicht so die gute Übersicht hat. Er hat eigentlich kaum Schwächen außer Standardsituationen. Körperlich ist er gut. Er könnte super Box-to-Box spielen. Das müssen wir uns anschauen. Je nachdem, welche Rollen wir brauchen. Dennis Jonsen. Der ist, ja, ein guter Rechtsfuß. Sehr schnell, gute Beweglichkeit, gutes Trebling, gute Technik. Den könnte ich mir sehr, sehr gut nach innen ziehend vorstellen. Aber auch als Flügelspieler aufgrund der Schnelligkeit. Er kann halt nicht so super flanken. Der Wert ist bei 10. Aber alles in allem könnte man so gut über die Flügel spielen und Boyan Palo mit Flanken füttern probieren. Francesco Zampano, rechts hinten. Nicht schlecht, muss man sagen. Guter Rechtsverteidiger. Das heißt, über rechts würde da schon mal einiges gehen bei den Jungs. Dann im Tor Jesse Joronen, ein Finne. Ledger ist interessiert an einem Transfer, 925.000 Gehalt. Generell finde ich die Gehälter recht teuer. Ja, also vielleicht können wir schauen, dass wir da noch, ich meine, wenn wir den zum Beispiel verkaufen und da einen Torhüter leiht, der stark ist, könnte man, ja, vielleicht ein bisschen budgetfrei machen. Christian Gütkier. Ein Backup-Stürmer. Ähnlicher Stürmertyp wie Boyan Palo. Dementsprechend passt das gut. Vertrag läuft noch zwei Jahre, ist schon 33. Boah, ja. Müssen wir schauen, ob man den als Backup nimmt oder wirklich als zweiter Stürmer. Jajalo haben wir eh schon gesehen, der wird in diesem Jahr kein Thema mehr sein und den werde ich dann auch nicht verlängern. Das heißt, mit den 1,3 müssen wir jetzt leben, weil den werden wir nicht verkauft bekommen in der Zeit. Dann Marins Werko. Könnte man auch kennen. Ja, dachte ich mir doch. Den habe ich mal gescoutet, glaube ich. Auch ein 87 groß. Nächster großer Spieler bei uns. Wir sehen, dass der offensiv nicht so wirklich zu gebrauchen ist oder zumindest okay, aber nicht aufregend. Das heißt, ja, entweder Innenverteidiger oder Linksverteidiger als körperlich starker Linksverteidiger. Generell muss man sagen, der beste Innenverteidiger, wenn man nach Stärke sortiert, ist hier unten der Leihspieler. Das heißt, Innenverteidigung könnte eine Baustelle bei uns sein. Also werden wir den Zwerko vielleicht dort einplanen. Dann Gianluca Busio. Den könnte man kennen. Sehr interessanter, starker Amerikaner. Guter Passspielwert. Technik und Übersicht sind super. Den könnte man durchaus als Spielmacher spielen lassen. Dann nochmal Ceri-Chef. Den könnte man links außen als Flügelspieler spielen lassen oder rechts außen nach innen ziehend. Hat auch keine Schwachstellen. Gefällt mir gut. Wobei ich auch sagen muss, wenn wir für den 32-Jährigen ein Angebot bekommen, dann bin ich auch offen. Dann Antonio Candela. Sehr interessanter Rechtsverteidiger. Der ist auch jünger als unsere erste Wahl. Das ist der Zampano. Der ist 29 und er ist 23. Das ist auch gut zu wissen. Das heißt, da haben wir einen, den wir gut ranbringen können. Beziehungsweise wenn wir die Mannschaft generell jung halten wollen, dann könnte man Candela sogar vorziehen. Aber da sind auch wieder einige dran. Dann Nicolas Pierini. Ah, der gefällt mir auch gut. Schnell, abschlussstark, dribbeln kann er. Der wäre super nach innen ziehend. Vielleicht machen wir es so, dass wir links nach innen ziehen spielen und rechts mit einem Flügelspieler. Dann Ellazone. Schnell, offensiv wie defensiv brauchbar. 21 Jahre alt erst. Der gefällt mir auch richtig gut. Dann haben wir hier noch einen. Den würde ich wahrscheinlich in der Innenverteidigung spielen lassen. Nicht der schnellste, aber körperlich relativ gut. Zumindest gute Sprunghöhe. Kopfballtechnik kann er. Tackling-Deckung kann besser sein, aber Passwert ist gut. Der könnte gut von hinten rausspielen. Magnus Kofot. Ein Däner. Generell wenig Italiener. Den Anteil möchte ich auch ein bisschen nach oben treiben. Finde ich auch solide. Dann Maximilian Ullmann. Wahnsinnsgehalt eigentlich. 598.000 dafür, dass der von der Stärke her eher etwas weiter unten anzusiedeln ist. Solider Linksverteidiger. Da muss man halt dann auch schauen. Wie gesagt, ich glaube, mit dem könnte man so ein bisschen Geld sparen. Nunzio Lella. Das ist auch wieder so ein zentraler Mittelfeldspieler, der alles kann. Das finde ich auch super. Dann haben wir Marco Olivieri geliehen. Das wäre dann Stürmer Nummer 3 wahrscheinlich. Dann haben wir Matteo Grandi. Solide Ersatzkeeper. Guter Preis. Gut als Alter. Den finde ich perfekt als Ersatzkeeper. Modulo. 34-Jähriger. Schaut mal auf das Gehalt. 547.000. Da müssen wir mal schauen, wie es mit Mannschaftsgefüge ausschaut. Weil wenn der nicht wichtig ist... Führungsspieler. Ah. Aber ich glaube, den könnte man durchaus abgeben. Das Gehalt einzusparen, wäre schon ganz cool. Dann Bjarke. 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 Wieder ein Isländer. Also ich finde schon geil, wo sie scouten. Da ist sogar Ajax interessiert. Und den müssen wir fördern. Der könnte auch links außen nach innen ziehen spielen. Und dann haben wir hier noch Bruno Bertinato. Ja. Der Torwart wird sich nicht viel verbessern. Ist er auch Italiener? Ja. Passt. Weil wäre er jetzt Brasilianer, dann würde er als Nicht-DU-Spieler zählen. Bei den Registrierungen. Wobei war das? Ne. Da ging es ja ums Alter, glaube ich. Das heißt, das sollten wir uns nochmal anschauen. Da geht es ums Alter und nicht um die Nation. Das heißt, da können wir uns eigentlich komplett austoben. Ich meine, ich versuche jetzt trotzdem einmal, mir anzugewöhnen, dass wir in erster Linie mal versuchen, Italiener zu verpflichten. Aber, ja, wenn es nicht sein muss, dann werden wir uns das anschauen. Gut. Schauen wir mal aufs Mannschaftsgefüge. Teambuilding sehr schlecht. Da müssen wir von Anfang an gleich mal rein investieren. Gut. Ja, kann ich aber auch verstehen, in gewisser Art und Weise. Hierarchie sehen wir Poyan Pala und Modelo. Das ist natürlich blöd. Das ist genau der, den ich eigentlich loswerden wollte. Der ist Kapitän. Gut. Ja, Yalo ist verletzt. Dann haben wir noch den Zampano rechts hinten, den ich dann halt, ja, wenn er so ein wichtiger Führungsspieler ist, als Stammspieler nehmen muss. Dann müssen wir schauen, dass man den Modelo schon langsam, boah. Also wenn ich ihn anbiete, ja, das kürze ich an neuen Vertrag unterschrieben, der ist seit 2015 hier, war eigentlich 2,9 schon mal hier, 2,7 schon mal hier. Ich glaube, mit dem werden wir eher leben müssen, weil sonst sorgen wir für noch mehr Unruhe. Gut. Das heißt, ich glaube, dass das trotzdem eher in Richtung 4,3,3 oder 4,2,3,1 gehen wird. Es gibt uns wahrscheinlich wieder einige, die in den Kommentaren schreiben, dass sie gerne hätten, dass ich ein neues System spiele. Die Frage ist, welches? Also ich finde persönlich, die Flügelspieler sind zu offensiv, um ein 4,4,2 zu spielen. Sherrychef würde gehen. Der würde, ja, ja. Für die 3er-Kette haben wir zu wenig Innenverteidiger, oder 5er-Kette. Dementsprechend läuft das dann automatisch auf sowas raus. Ich meine, natürlich kannst du ein 4,2,2,2 spielen, aber dadurch, dass wir nur unter Anführungszeichen drei Stürme haben, ich würde das so machen. Wir planen mal ein 4,2,3,1 mit Flügelspiel. Da müssen wir jetzt die Formation auswählen. Nehmen wir mal die M-Breit und den Rest, ach so, das ist jetzt genau das, was ich nicht wollte. 4,2,3,1 DM-O-M-Breit und dann schauen wir mal, wie wir das machen. Sortieren wir mal nach den Positionen, dann haben wir eh schon Jesse Joronen auf der Torwartposition mit, da müssen wir schauen, mitspielend, Abschlag, Abwurf, Ballannahme, ist ja katastrophal. Passen 6, nämlich kein Mitspielender, den nehmen wir mal als klassischen Torhüter. Dann ist die Frage, Grandi haben wir gesagt, gute Nummer 2, bei denen läuft bei beiden der Vertrag aus, also da werden wir ehrlich gesagt einen von denen dann abgeben wahrscheinlich. Oder wir lassen die Verträge auslaufen. Also ich bin schon ein Fan davon, wenn man drei Keeper im Kader hat. Bertinato ist seit 2018 da und Grandi ist erst gekommen, das heißt, den können wir sowieso nicht abgeben, dann würde ich sagen, Bruno Bertinato. Fangen wir mal beim Berater nach. Okay, also der hat auch keine Lust anscheinend den Verein zu verlassen, aber ich biete ihn mal mit dem Transferroom an, mal ohne eine Summe und dann schauen wir auch, dass wir vielleicht gleich einen Spielervermittler suchen. Würden heute Abend schon Angebote kommen, die sind nicht wirklich hoch, aber wichtig ist einfach, dass wir den wegbekommen. Hier haben wir sogar ein höheres Angebot dabei, probieren wir das mal. Weil, wie gesagt, als dritten Torhüter können wir dann auch einfach einen von der Jugend hochziehen oder so. So, Innenverteidiger, einen Swobo, da haben wir uns den angeschaut, ich glaube nicht. Stammspieler, verdient 45.000. Die beiden Wiener Klubs sind interessiert, Vertrag läuft aus. Ja, den zu verlängern könnte teuer werden, aber alles in allem ist der nicht so schlecht. Den nehmen wir mal mit. Den Modulo, das ist dieser alte, erfahrene Innenverteidiger, den setze ich mal auf die Bank. Dann haben wir noch den Altare, oder Altare. Der ist geliehen von Cagliari. Haben wir da eine Kaufoption? Ja, aber 1,5 ist für einen Klub wie uns wahrscheinlich schwierig. Ich setze den mal auf die Bank, weil ich habe eigentlich Backups ganz gerne von Live-Reinen. Das ist dann nicht ganz so tragisch, wenn sie nicht spielen. Dafür könnte man den Sverco theoretisch mal in die Innenverteidigung packen. Ja, schauen wir mal. Ich mache das mal vorübergehend, beziehungsweise da haben wir den hier noch. Aber den könnten wir sonst auch auf der 6 spielen lassen, weil da ist der Tackling und der Deckungswert nicht ganz so gut wie bei Sverco. So, dann nehme ich den vielleicht statt dem Modulo mit. Oder ne, Außenverteidiger, Außenverteidiger 6er machen wir so. Den Modulo lassen wir mal. So, dann haben wir rechts hinten den Zampano, weil er halt einfach super erfahren ist, wichtiger Führungsspieler. Als Backup nehmen wir den Antonio Candela, 23 Jahre alt. Die Rollen und so weiter, die schauen wir uns dann noch genauer an. Links hinten haben wir schon mal das Problem. Die eine Variante wäre mit Sverco zu spielen, der ist defensiv nicht so richtig zu brauchen. So ehrlich muss man, äh, offensiv. Dribbling 11 ist okay, Flanken 9. Es ist jetzt keine Katastrophe, muss man schon sagen, aber da habe ich schon gern was Offensiveres. Dribbling 11, Flanken 11, passend 10. Okay, Ulmerle ist eigentlich nicht besser. Theoretisch, das können wir uns jetzt noch überlegen, können wir mit Ulmer und Sverco links hinten spielen und in der Innenverteidigung jemand anderen planen. wäre jetzt rein von der Anzahl der Spieler, die wir haben, wahrscheinlich auf diesen Positionen die vernünftigere Variante. Ulmer hat Stammspieler, Vertrag läuft aus, Sverco, Rotationsspieler, also nehmen wir den Sverco mal auf die Bank als Ersatz-Linksverteidiger. Dann schiebe ich einfach mal den in die Innenverteidigung oder den Altare. Da werden wir sowieso dann schauen, wie sich so die Leistungen entwickeln. Dann fällt Yajalo natürlich aus. Kofot ist ein zurückgezogener Spielmachertyp, würde ich mal sagen. Den könnte man da hinten sehr, sehr gut spielen lassen, da hatten wir aber noch andere. Nun Ziolela, der ist dann einfach ein Spieler für die Breite, gutes Talent. Den setze ich mal auf die Bank. Dann Busio, wie lange hat der noch? Urlaub bis 7. August in des Gold Cups, okay. Weil der wäre dann eigentlich meine erste Wahl auf dieser Position, auf der 6. Position als Spielmacher. Daneben haben wir noch den Tasman, den ich auch sehr cool finde. Aggressivität ist hoch, Tackling könnte dann besser sein. Ich würde den einfach mal auf definitiv verteidigen lassen, das passt ja im Moment eh. Dann Ellertson. Der hat super viel Potenzial, den müssen wir eigentlich richtig fördern. Der hat auch einen tollen Abschlusswert. Der könnte durchaus ein Zehner sein. Also ich würde den einfach mal auf die Zehen packen. Und dann schauen wir da noch. So, dann schauen wir uns mal die Flügel an. Rechts war der Jonsen. Dennis Jonsen, schnell. Guter Dribbler. Flanken müsste er sich noch verbessern, aber ich würde sagen, dass wir die individuellen Trainings sowieso auch noch extra machen werden. Dann den Biaki Pjakasan. Ich liebe den Namen jetzt schon. Das wird dann wahrscheinlich der Backup links außen nach innen ziehend. Die Frage ist, ob wir Cherrychef abgeben. Er ist 32 Jahre alt, der Vertrag läuft aus und er frisst wahnsinnig viel Gehalt. Da würde ich jetzt einfach mal mit dem Berater sprechen. Gibt großes Interesse an ihm. 250.000 könnte er Angebote einholen. Und Cherrychef hätte riesen Interesse. Okay, passt. Dann sollen sie Angebote einholen. Dann wird diese Position jetzt auf jeden Fall mal neu besetzt. Dann nehme ich mal den Biakason links außen. Und dann würde ich sagen, die Frage ist, eigentlich wäre nach innen ziehen Johnson besser, weil er super Trippler ist und nicht so gut flanken kann. Dann haben wir es vielleicht dann doch so. Also einmal Inverse und einmal ein Spieler, der breit macht. Dann haben wir Piarini. Okay, der ist eigentlich noch stärker. Dann nehmen wir den auf der Position. Tauschen wir mal hier. Der könnte auch Inverse Außenstürmer spielen, weil der halt wahnsinnig gute Offensivskills hat. Deswegen stellen wir ihn mal auf der Position ein. Der wird sich dann im Ballbesitz hier so rein orientieren und dann als zusätzlicher Abnehmer für Flanken bereitstehen. Das finde ich eigentlich eh relativ cool. So, Marco Olivieri. CC. Ja, Stürmer Nummer 3, um ehrlich zu sein. Könnte man auch als Backup nehmen, dafür wäre er stark genug und einen von den beiden Stürmern loswerden. Also Bojan Pallon natürlich nicht, aber den Gütkir. Aber der ist auch gerade erst gekommen. 33 Jahre, Alter. Ja, steht da Schlüsselspieler. Der wird bei mir maximal Backup sein. Und ja, wenn er bis Herbst oder bis Winter dann gute Leistungen bringt, dann passt das eh als Backup und sonst werden wir dann vielleicht dann eh auch verkaufen. Also würde ich sagen, ja, schwierig. Den Olivieri nehmen wir mal mit auf die Bank, den Bojan Pallon lassen wir spielen als Knipser und den Gütkir nehmen wir auch mit. Das heißt, die Mannschaft steht soweit grundsätzlich. Also, positiv ist, die Mannschaft steht soweit, dass wir jetzt eigentlich für die Stammelf gar niemanden brauchen und wahrscheinlich einen relativ guten Kader haben werden. Negativ natürlich ein paar Gehaltsfresser, ein paar Spieler, die etwas älter sind. Da muss man dann halt schon langsam umbauen. Und man sieht hier so die leeren Plätze. Ich sortiere das immer ganz gerne nach, wer da jetzt wo Backup ist. Hier haben wir die Innenverteidiger, hier die Außenverteidiger, hier den Sechser. Da kommt dann noch der Busio dazu. Da fehlt dann aber quasi für die Offensive noch jemand. Theoretisch könnte Olivieri die Zehn machen. Das würde ganz gut passen zu ihm. Vielleicht so als Schattenstürmer oder so als jemand, der dann wirklich auch ins Zentrum reingeht und Gütke hier dann noch eben als Ersatzstürmer und den Jonsen. Den wollte ich nicht auf die Bank tun. Das ist jetzt eigentlich eher blöd. Dann wird Jonsen rechts bleiben und Pierini nach innen ziehen. Das passt mir ganz gut. Dann brauchen wir eventuell eben noch einen für den Flügel. Ja, ist aber kein Muss. Schauen wir mal, was wir so in der zweiten Mannschaft haben. Da haben wir mal den hier, der recht groß ist. Der ist auf der Leihliste, was okay ist. Transfer ist für mich kein Thema, weil der hat noch Vertrag bis 2027. Wir könnten ihn natürlich verleihen und uns mal dieses Gehalt sparen. Das wäre bei ihm jetzt schon mal nicht so unwichtig, finde ich. Gehen wir hier auf 100% Stammspieler und dann könnte der im nächsten Jahr durchaus Thema werden. Hier haben wir links einen. Ganz brauchbar. Portman. Wo hat Portman? Israeli, also eher Portman wahrscheinlich. Dann Worecki. Ja, der Rest sieht man ist hier jetzt nicht mehr so der Burner. U18 ist eigentlich auch nicht wirklich was brauchbares dabei. Das heißt, die sind okay. Da unten ist halt viel, was man nicht unbedingt braucht. Aber alles in allem nicht so schlecht. So, Spielervermittler. Ich möchte das beste Angebot für alle Parteien finden. Und dann haben wir das soweit. Dann schauen wir jetzt gegen Ende noch mal kurz auf die Liga, damit wir auch hier noch einen Einblick haben. Also da sind schon schwierige Mannschaften dabei. So ehrlich muss man sein. Wir haben mit Sampdoria Geno einen riesen Klub in der zweiten Liga. Wir haben mit Palermo und Parma zwei große Klubs. Da könnte es schon wahnsinnig schwierig werden aufzusteigen. Generell auch einige oder fast alle, die man auch aus der ersten Liga kennt, die schon mal irgendwie oben waren. Also das wird richtig heftig. Wir müssen kurz mal schauen. Die ersten beiden steigen direkt auf. Der dritte kommt ins Playoff. Wenn mehr als das ist auch geil, wenn mehr als 14 Punkte zwischen dritten und vierten liegen, dann steigen sie direkt auf. Sonst gehen die auch in die Playoffs. Das wird, wie gesagt, das wird sportlich. Aber wir haben einen starken Kader. Also es ist nicht unmöglich. Wir sehen aber Medientipp Platz 6. Das ist schon nicht ganz so easy. Gut, das ist die Ausgangssituation. Ich freue mich wahnsinnig auf das neue Projekt und danke, wie gesagt, dass ihr dabei seid und mich auf dieser Reise begleitet. Ich hoffe, ihr seid ähnlich gehypt wie ich. Im nächsten Part werden wir mal die Vorbereitung planen. Wir werden so ein paar Scoutings machen, würde ich sagen. Die individuellen Spielerziele, Eigenschaften, Trainings und so weiter möchte ich noch machen. Dann schauen wir weiter. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich auf das Projekt mit euch und wenn ihr Ideen habt für das zweite Let's Play, dann bitte auch gerne ab in die Kommentare. Vielen Dank, bis bald. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020